Werde unangreifbar! Darum geht es hier in diesem Video. Schön, dass du wieder dabei bist. Riesiges Thema. Ich bekomme immer wieder Nachrichten, die damit zu tun haben. Und eventuell kennst auch du das. Du bist mit einem Partner zusammen, hast vielleicht einen vorgesetzten Mitarbeiter oder vielleicht sogar Freunde, die Knöpfe drücken können bei dir, die dich einfach zur Weißglut bringen, die dich zum Ausrasten bringen, die dich provozieren, die dich wütend machen, die dich zornig machen, die dich aggressiv machen. Und du kannst es einfach nicht ändern. Es gibt eine Möglichkeit, die dir nicht nur dabei hilft, besser damit umzugehen, sondern die das Ganze zu einem Motor macht für dich, anstatt zu einer Bremse, die dir dabei helfen, durch diese Sachen, durch diese Provokation, durch diese Aggression von deinen Partnern, Vorgesetzten, Mitarbeitern, Freunden oder beliebigen anderen Menschen, daran auch noch zu wachsen, anstatt dich runterziehen zu lassen. Ich möchte dir in diesem Video eine Technik verraten, wodurch du daran wächst. Und die absolute Basis dafür, um das zu verstehen und um das zu erlernen, ist das Verständnis von dem Thema der Projektion im Bereich der Psychologie. Was heißt das genau? Das heißt folgendes. Projektion heißt, dass wir immer nur die Dinge im Außen, an Situationen, in der Welt, bei anderen Menschen, bei den Aussagen oder Verhaltensweisen von anderen Menschen, dass wir immer nur die Dinge verurteilen, dass wir die bewerten, dass wir wütend darauf werden, die wir selbst an uns ablehnen. Und das ist enorm wichtig, als Basis zu verstehen. Wieso? In dem Moment, wo du glaubst, dass das, was dein Gegenüber sagt, wenn er Knöpfe bei dir drückt, dich provoziert, dich aggressiv macht, etc., wirklich der Wahrheit entspricht, ist es natürlich die logische Folge und mehr als verständlich, dass dich das runterzieht, dass dich das zusätzlich wütend macht, dass dich das zusätzlich enttäuscht, dass dich das vielleicht sogar fertig macht. Aber in dem Moment, wo du das, was ich gerade gesagt habe, wirklich verstehst, Karl Gustav Jung hat so schön gesagt, Alles, was uns an anderen irgendwie irritiert, wütend macht, zornig macht, aggressiv macht, etc., kann uns zu einem tieferen Verständnis von uns selbst führen. Denn in dem Moment, wo du das verstanden hast, ist das der erste Grundstein in die richtige Richtung und die Basis für deine Entwicklung. Wieso ist das jetzt so und wie steht das in einem Zusammenhang? In dem Moment, wo du verstanden hast, dass dich nur die Dinge bei anderen wütend machen, die du an dir selbst ablehnst, weißt du selbstverständlich auch im nächsten Schritt, dass sich genau das bei anderen Menschen genauso verhält. Was heißt das konkret? Das heißt konkret, dass wenn der nächste Mensch auf dich zukommt und dich irgendwie provozieren will, beleidigen will, wüten machen will oder ähnliches, in dem Moment weißt du natürlich genau, ah, okay, Moment mal, der projiziert etwas auf mich. Das heißt, du weißt in dem Moment natürlich genau, okay, das, was er gerade verurteilt, hat nichts zu tun mit mir, sondern was mit ihm. Es gibt diesen schönen Satz, der heißt, was Klaus über Peter sagt, sagt mehr über Klaus als über Peter. Und genauso verhält es sich, denn wenn ich schlecht rede über Peter, Julia, Klaus oder irgendwen, dann rede ich eigentlich im Kern über mich. Denn mich würden diese Dinge bei diesen Menschen nicht aufregen, wenn ich da nicht auch irgendwie was mit zu tun hätte. Ich möchte ein Beispiel nennen, ein ganz konkretes, aus meinem eigenen Leben, weil mir ist wichtig, dass ich nicht immer nur theoretisch bleibe, sondern auch persönliche Erfahrungen mit dir teile, um dir zu helfen, das wirklich besser zu verstehen. Ich habe mich, ähnlich wie du vielleicht, wenn du hier auf diesem Kanal bist, jahrelang beschäftigt mit Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie, Spiritualität und so weiter. Und natürlich, wie das so ist, am Anfang liest man Dinge oder hört Dinge oder guckt sich Dinge an, die relativ oberflächlich sind. Man muss ja erstmal reinkommen in die Themen und umso intensiver man sich damit beschäftigt, umso tiefer kommt man in den Kaninchenbau, umso tiefer arbeitet man sich vor, umso mehr kommt man an die Essenzen. Und über die Jahre hinweg bin ich immer tiefer in verschiedene Themen vorgedrungen und das führte dazu, dass mir irgendwann Folgendes aufgefallen ist. Ich habe irgendwann begonnen, Oberflächlichkeit an anderen Menschen abzulehnen. Das heißt, ich habe mich selbst so viel mit dem Geistigen beschäftigt, mit Spiritualität, mit Psychologie etc., so viel mit dem Geist und so wenig mit der Materie, dass wenn ich irgendwelche Menschen gesehen habe, die zum Beispiel gesagt haben, sich unterhalten haben und gesagt haben, Jo, die neuen Nikes sind draußen, dass ich da gestanden habe und ich habe es natürlich nicht immer kommentiert, aber ich habe alleine gedacht, was? Die neuen Nikes sind draußen? Wie kann man, wie kann einem das wichtig sein? Warum? Was bringt dir das? Was? Ich habe es nicht verstanden. Ich habe gemerkt, ich wurde fast wütend davon. Genauso, wenn irgendwer hat mit mir gesprochen und hat erzählt, ja, hast du, kennst du die und die Serie im Fernsehen? Was weiß ich, Bauer sucht Frau oder ähnliches und hast du den Peterle gesehen, wie er mit der Isabel gesprochen hat? Keine Ahnung. Ich habe seit sieben Jahren keinen Fernseher geguckt. In dem Moment genau dasselbe. Ich habe das verurteilt. Ich habe, manchmal habe ich zu den Menschen gesagt, warum guckst du Fernsehen? Ich habe, es war eine komplette Verständnislosigkeit da. Ich habe, ich habe die Dinge nicht verstanden und nicht nur, dass ich sie nicht verstanden habe, ich habe sie quasi verurteilt an anderen. Und es hat einige Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, woher das kam. Und zwar, es war ein totaler Schock für mich, aber man sieht ja manchmal den Splitter im Auge des Bruders, aber den Balken vor dem eigenen Auge nicht. Ich habe die eigene Oberflächlichkeit an mir selbst total abgelehnt. Sie war faktisch da, nach wie vor. Ich war immer noch ein Mensch. Ich hatte auch immer noch Triebe, rein weltliche, irdische Triebe, aber ich habe die abgelehnt. Ich habe die von mir abgekapselt. Ich habe die verdrängt. Ich wollte sie an mir selbst nicht mehr sehen. und deshalb habe ich begonnen, sie an anderen zu verurteilen. Der Punkt ist jetzt aber folgender. In dem Moment, wo ich andere quasi für ihre Oberflächlichkeit verurteilt habe, hatte das mehr zu tun mit mir als mit denen. Das heißt, stell dir vor, du wärst jemand gewesen, den ich dafür verurteilt hätte. Es hätte gar keinen Sinn gemacht, nicht im Geringsten, dir das auf irgendeine Art und Weise anzunehmen. Vielleicht zu denken, ah, scheiße, bin ich zu oberflächlich? Und so weiter. Es hätte keinen Sinn gemacht, denn es hatte mehr mit mir zu tun als mit dir. Ich habe projiziert. Dasselbe, was für dich gilt in Bezug auf Projektionen, dass dich nur etwas an anderen stört, was eigentlich ein Thema bei dir ist, genau dasselbe gilt natürlich für denjenigen, der dich provozieren will, sticheln will, wüten machen will, etc. Das heißt, in dem Moment, wo du das wirklich verstanden hast, wie kannst du noch wütend sein auf dein Gegenüber? Wie soll das funktionieren? In dem Moment weißt du ja, okay, das ist ein Thema bei ihm. Und wenn du das weißt, wenn du weißt, okay, der projiziert gerade auf mich, wenn du das weißt, dann reagier doch mit Mitgefühl. Wie kannst du anders reagieren als mit Mitgefühl? Es gibt diesen schönen Satz, If he would knew better, he would do better. Wenn er es besser wüsste, dass das ein Thema bei ihm ist, was er auf dich projiziert, würde er es besser machen und sich nicht so verhalten. Er weiß es leider nicht besser. Eine Provokation oder eine Aggression, eine Wut, kommt nie aus einem bewussten Zustand heraus, sondern immer aus einem unbewussten Zustand. Das heißt, in dem Moment, wo du das jetzt weißt, weil du dieses Video geschaut hast, sei nicht wütend auf diese Person. Sei nicht wütend und vor allem, nimm dir das nicht an und lass dich davon nicht runterziehen. Jetzt wird der eine oder andere aber dieses Video hier schauen und wird sagen, ja, Patrick, das ist möglich, aber ich werde da wirklich richtig, also nicht bei allen, bei manchen ist das vollkommen in Ordnung, aber bei manchen werde ich wirklich richtig wütend, wenn die das machen. Bei manchen ist das nicht so schlimm, bei manchen komme ich damit klar, aber in manchen Fällen könnte ich ausrasten. So, wenn dem so ist, dann haben wir ein relativ interessantes Phänomen, denn es kann natürlich passieren, dass es eine Art Deckungsgleichheit gibt. Das heißt, dass jemand im Außen, jemand Drittes, etwas vielleicht zum Beispiel von sich projiziert oder vielleicht auch sachlich adressiert, das kann auch sein, was zufällig tatsächlich auch ein Thema ist, was du bei dir selbst verdrängst. Das heißt, wenn jetzt jemand zu dir sagen sollte, angenommen, nehmen wir mein eigenes Beispiel, das ist vielleicht am sinnigsten hier in dieser Stelle, das, was ich vorhin erzählt habe, wo ich anfing, mich so tief mit verschiedenen Themen zu beschäftigen, dass ich meine eigene Oberflächlichkeit nicht sehen wollte, verdrängen wollte und deshalb an anderen verurteilt habe. Wenn jetzt einer zu mir ankommen sollte und würde sagen, Patrick, du bist total oberflächlich, weil er vielleicht seine eigene Oberflächlichkeit an sich ablehnt, dann könnte es passieren zu dem Zeitpunkt, dass mich das mega getroffen hat, aber nicht, weil er mich provoziert hat, weil er mich wütend gemacht hat, weil er mich beleidigt hat, sondern weil er zufällig bei mir selbst offene Türen eingerannt hat, weil er zufällig etwas adressiert hat, nicht, was mich wütend machen konnte, nicht, was mich provozieren konnte, sondern weil er zufällig genau das Thema angesprochen hat, womit ich selbst ein Thema habe. Und dann wiederum ist es vollkommen normal, dass du dadurch zusätzlich wütend, aggressiv oder traurig wirst beispielsweise. Aber sollte dem so sein, jetzt kommt der Ausweg dafür, dann sei dankbar, weil dann hat dieser jemand dir geholfen, dich weiter spirituell zu entwickeln. Dann hat dieser jemand, ich sehe es als, ich nenne diese Menschen Entwicklungsbeschleuniger. Das heißt, in dem Moment, wo jemand mich wirklich triggert, weiß ich natürlich genau, oh, da ist noch was, wo ich genauer hingucken muss. Und dieses etwas, wo ich genauer hingucken muss, hätte ich wahrscheinlich niemals gesehen, wenn dieser Mensch mir das nicht gezeigt hätte. Das ist doch mega geil. Also ich meine, das ist doch, eventuell hätte ich zehn Bücher lesen müssen für die gleiche Erkenntnis, aber weil irgendein Typ daherkommt und mich triggert, weiß ich genau, wo ich hingucken muss genauer. Wie geil ist das denn? So, das heißt, es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten, wenn du angegriffen wirst. Die erste Möglichkeit ist, du merkst, jemand ist, jemand projiziert seine eigene Wut, eigene Themen, etc. auf dich. Wenn das so ist, dann reagiere mit Mitgefühl, denn du weißt, hey, derjenige projiziert, das hat nichts mit mir zu tun. Und die andere Möglichkeit ist, jemand spricht etwas an, wo er bei dir zufällig offene Türen einrennt, weil du merkst, oh, jetzt passiert was. Nicht, weil du wütend bist, dass dich jemand provoziert, sondern, weil du merkst, oh, okay, da ist tatsächlich etwas bei mir. Das heißt, du wirst nicht wütend auf den anderen, sondern du wirst im Kern offen dafür, zu merken, okay, da ist ein Thema, wo ich bei mir genau hingucken muss. Und wenn dem so sein sollte, sei dankbar. Das heißt, wenn dich jemand angreift, reagiere entweder mit Mitgefühl oder mit Dankbarkeit in Abhängigkeit davon, was genau das ist. In beiden Fällen ist es für dich nur positiv. In beiden Fällen, im ersten Fall, kannst du nur mitfühlend sein und Mitgefühl ist kein negatives Ding. Mitgefühl zieht dich nicht weiter runter. Und wenn jemand etwas anspricht bei dir, wo du merkst, genau, wenn du genauer hinguckst, okay, das ist tatsächlich ein Thema bei mir selbst, dann ist es ein Entwicklungsbeschleuniger. Freu dich darüber, sei dankbar darüber, denn er hilft dir lediglich, dich schneller zu entwickeln. Wenn diese Themen für dich neu sind, wenn du merkst, wow, das ist krass, da kann ich so viel draus lernen, dann klick auf den Link unter dem Video, melde dich zum Live Transformation Coaching, denn du kannst dir vielleicht vorstellen, wenn ich all das quasi umsonst hier rausgebe, wie viel umfassender das Coaching sein muss. Also, schön, dass du hier warst, abonnier gerne den Kanal, ich würde mich darüber freuen. Bis dahin, ich wünsche dir nur das Beste. Adios.